So, Hallihallo, willkommen zurück zu Universim im Schöpfermodus. Eventuell ist der Patch vom August jetzt mittlerweile schon rausgekommen. Keine Ahnung, ich bin noch im Urlaub. Oder zumindest vermute ich das. Ich weiß jetzt nicht genau, wann diese Folge rauskommt. Aber ich denke mal, wenn ihr diese Folge noch seht, habe ich noch nicht mit dem August-Patch begonnen. Da ein neues Spiel zu beginnen, sagt man so. Nein, klingt irgendwie sehr, sehr komisch. Naja, auf jeden Fall. Die neue Runde wird dann auch demnächst bald losgehen. Mal schauen, was in dem Patch dann kommt. Hier sind ja aktuell, also bei dem, was ich spiele, die UFOs dazugekommen. Beziehungsweise Extra-Terrestri-Dingsrums hier halt, ETs und so. Die kann man ja wunderbar mit den Blitzen vom Himmel holen. Wobei im Schöpfermodus haben wir ja eh Schöpferpunkte ohne Ende, sprich unendlich. Irgendwie habe ich einen kleinen Bug und zwar habe ich das Gefühl, sobald ich 100% meiner Nuggets als Gläubige habe, bauen die unheimlich schnell Gebäude. Auch ohne Material. Deshalb hier, diese Dinger sind mit Sicherheit ohne Material entstanden. Das einzige Problem ist, ich weiß nicht, habe ich hier eine Ingenieurshütte? Doch, habe ich gut. Ich habe nichts gesagt. Hier unsere Weltwunder. Eifelturm, Schieferturm, Wüstenrose, Auge der Welt, Notre Dame und Pyramiden. Die wurden noch nicht wirklich in Angriff genommen von meinen Nuggets. Aber ich bin echt zufrieden. Wir haben noch Winter. Okay, meine Wasserressourcen, äh Reserven gehen jetzt langsam wieder runter. Eventuell überspringen wir doch mal. Wobei, jetzt wird es schon grün hier. Von der Nahrung her reicht es auf jeden Fall. Schauen wir mal. 37 33, 32 Oh, wir haben aber verdammt viele Leute jetzt hier. So, 20 mal irgendwo einteilen. Hahaha, komm. 20, 19, 18 16 16, komm. Wer hat Frühling? Gut, wir überspringen mal den restlichen Winter. Es werde Frühling. So, Party. Seid nicht so verwundert. Können wir eigentlich schon wieder in die nächste... Dings, Batterie. Oh, Polizeistation haben wir noch nicht. Gefängnis. Filmtheater. Ölpumpe. Ja, okay. Fehlen doch noch so einige Sachen. Wobei, wenn wir jetzt so schnell bauen können, kriege ich hier eine Ölpumpe hin. Äh, Bau, 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 Bau Produktion. Wüste, Wüste, Wüste. Komm. Bitte, gönnen wir ne... Gönnen wir ne Ölpumpe. So. Komm, da. Gönnen wir noch ne zweite Ölpumpe. Wobei, die machen wir vielleicht irgendwo anders hin. Wüste, Wüste. Wobei, wo wird mein Öl verarbeitet? Wo soll das verarbeitet werden? Weiße. Ihr passt's nicht, da nicht. Habe ich nicht noch hier irgendwo ein bisschen Wüstenregion in der Nähe? Da hinten. Ah. Passt nicht hier, oder? Nein. Hm. Perflixt. Da. Scheiß. Da. Okay. Diese kleine Ecke ist Wüste. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Na gut. Okay. Wenn das Wüste ist, dann ist das halt Wüste. Ich werde trotzdem noch mal kurz hier mit nem Blitz meine Nachbarn grüßen. Dann baue ich einfach nochmal nen Wachtturm hier hin. Dingsbums möchte handeln. Ich möchte auch nicht mit denen handeln. Okay, was wollt ihr denn? Steine gegen Holz. Vergesst's, Leute. Was kostet mich ne Feuerwehr? Wir bauen mal da eine hin. Ein Polizei-Revier. Ein Gefängnis. Oh heilige Scheiße. Wie groß sind denn diese Dinger da? Äh, nein. Ein Gefängnis haben wir schon. Ein Rehabilitationscenter daneben. Oh Gott, oh Gott. Na, ist aber alles im Reparaturbereich. Schule haben wir, Universität. Nee, ein Filmtheater. Ich mache mal kurz hier hinten ein bisschen Regen an. So. Das schnelle Bauen läuft immer noch. Deshalb schnell hier ein paar Sachen hinbasteln. Äh, papa, lala, ein Restaurant. Komm, 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 komm. Weiter, weiter, weiter. Einmal Ingenieure. Flughafen. Ich probiere einfach, ob ich den Flughafen bauen kann. So. Wenn nicht, fehlt mir einfach das Material. Dann wollen wir, ähm, Kloncenter können wir bauen. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber wenn sie unbedingt wollen. So. Dann diverse Parks können wir natürlich auch bauen. Schwupps. Leuchtturm. Ballonpark. Einen da hin. Einen da hin. Haben wir noch irgendwo Platz? Hier könnte noch was hin. Schnell, schnell, schnell. So. So. Da noch. Ein Leuchtturm. Hier noch einer hin. So, jetzt kurz schauen. Filmtheater, Feuerwache, Gefängnis, Rathaus, Gasmine. Gasmine fehlt auch noch. Ähm, aber ich baue mal noch eine Feuerwehr. Äh, bla bla bla, Feuerwehr. Eine da hin. Eine da hin. So, komm, komm, komm. Wir pushen weiter. Eine Feuerwehr dahin. Äh, da hat sich jemand Knochen gefrochen. Okay, apropos sowas. Da können wir natürlich noch ein Krankenhaus mal hier irgendwo hinterlassen. Massage ist fertig. Ähm, Gasmine, Gas, Gas, Gas. Eine da hin. Und, wow, wow, wow. Okay, ähm, Gas, Gas, Gas. Gaskraftwerk. Nein. Nein. Okay, der Flughafen wird gebaut. Cancel, ja. So, jetzt. Bitte. Cancel, ja. Mal schauen, ob die jetzt Gas geben. Ich muss mal kurz hier wieder ein paar Blitze. So, jetzt noch ein bisschen Regen. Alles gut. Die Leute glauben wieder an mich. Das canceln wir, ja. Was war das? Das war Auge der Welt. So. Eiffelturm. Canceln. Jawohl. So, bitte. Sagt einfach, jo, geil. Also, Wüstenrose. Wüstenrose canceln. Jawohl. Ah, es glauben immer noch alle an uns. Notre Dame canceln. Jawohl. Uh, ob wir die hier reinbekommen. Die alte Dame. Wobei, passt. Passt, passt, passt. Okay, geil. Die fangen mit dem schiefen Turm an. Jawohl. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wie krass ist das denn? So. Hier natürlich noch mal Blitze, 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 Blitze. So. Alles weggeblitzt. Dann. Kann ich natürlich noch eine weitere Feuerwerke brauchen. Äh, das ist Puh. Äh, wir brauchen Restaurant. Immer mal. so, dann. Natürlich auch Brunnen. und eine Ingenieurshütte. Gut, alles wird gebaut. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Uh, äh, apropos bauen. Ich brauche Wasser pumpen. Oh Gott, oh Gott. Wenn wir, wenn wir jetzt noch nicht mal im, im Sommer die Produktion halten können, dann wird böse. Ähm. Wasser pumpen. Wasser pumpen. Ähm. Apropos Speicher. Ja, machen mal noch ein paar Wasser Reservoirs hin. Moment, jetzt mal kurz ein paar Blitze wieder. So, die Leute glauben wieder an mich. Nein. So. Scheiße. Da ist ein UFO. Ab. Sturz. Okay. So, dann machen wir eine Regenwolke drüber. Lass uns dort auch regnen. Hier auch regnen. Uiuiui. Da ein bisschen Regen. was, wir haben keinen Strom. Pause, Pause, Pause. Uiuiui. Tatsächlich. Dann sage ich mal tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. ich. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020